So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben gerade mal wieder 5 Stunden Ho-Oh-Rates für Zuschauer gemacht, was eigentlich eine getarnte Hundo-Jagd für mich war, denn ich suche immer noch das 100%ige Ho-Oh. Auch nach 5 Stunden Rates für Zuschauer, wo ich jeden einzelnen Raid selber auch mitgemacht habe. Ist immer noch kein Hundo da, aber morgen ist ja die Raid-Stunde und dann Donnerstag bzw. Donnerstag und Sonntag hätte man nochmal die Möglichkeit, 5 Stunden jeweils Ho-Oh-Rates zu machen, in der Hoffnung, dass vielleicht dann irgendwann das 100% da ist. Ist das krank, ist das Sucht, man weiß es nicht genau, aber ein neues Event steht im Haus und zwar das Alltagsheld-Event oder leider steht hier irgendwie gar kein Name da, aber da gibt es auf jeden Fall erstmal nicht viel, dann doch irgendwas und am Ende was, was komisch wirkt, aber für mich eigentlich was ganz Besonderes ist, wenn ich Glück habe. Vielleicht habe ich diesmal Glück, hier steht nämlich jetzt. Helft Professor Willow bei einem neuen Event und bekämpft Team Go Rocket. So, wir sehen hier Meltan, wir sehen hier Ditto, ist ein schönes Bild. Ich habe mich aber bewusst für das andere Bild entschieden, was für mich der zweite Teil vom Event ist, der einfach viel krasser ist. Trainer, macht euch bereit, denn Monsieur Willow braucht bei diesem Let's-Go-Event eure Hilfe, seine Forschung gerät außer Kontrolle. Wilde Veggie-Mark, Grill-Mark, Sodamark erscheinen auf der ganzen Welt und mit etwas Glück könnt ihr mit einer Wunderbox sogar schillernden Meltan begegnen. Außerdem haben einige Trainer bemerkt, dass sich Ditto in andere wilde Pokémon verwandelt, das sollten wir im Auge behalten. Weiterhin ist uns zu Ohren gekommen, dass Team Go Rocket neue Pläne schmiedet und noch mehr Arten von Pokémon in Krypto-Pokémon verwandeln möchte. Bleibt wachsam Trainer. Das Let's-Go-Event. Warum wurde das denn erst als Alltagsheld-Event angekündigt? Vielleicht heißt das so auch einfach nur die Forschung. Ja gut, dann ist halt das Let's-Go-Event. Das ist das Let's-Go-Event Dienstag, 21. März bis Mittwoch, 29. März. 21. März bis 29. März, Dienstag bis Mittwoch, also über eine Woche, 10 Uhr bis 20 Uhr. Da stehen jetzt schon viele Sachen dabei, die interessant sind. Zum Beispiel nochmal Meltan. Meltan gibt es ja natürlich in der Wunderbox jederzeit, gefühlt. Kann aber immer nur in diversen Events shiny sein. Denn jetzt in diesem Event wird es dann auch wieder shiny sein können aus der Box. Und das ist was, was man natürlich früher eine Switch brauchte, um eine Meltan-Box zu bekommen. Mittlerweile über Pokémon Home kann man sich auch ohne eine Switch einfach eine Meltan-Box holen. Empfehle ich jedem. Wir haben auch ein Tutorial in der Beschreibung, wie man eben ohne Nintendo Switch eine Wunderbox von Pokémon Home bekommen kann. Wer noch keinen Shiny hat, sollte sich hier rantrauen. Ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Wird auch oft in der GBL genutzt. Und hat man immer auch die Chance, noch einen Hunder dazu bekommen oder schnell XL-Bonbons zu farmen. Weil das ja ein mysteriöses Pokémon eigentlich ist. Das heißt, jeder Fang gibt dir nicht nur drei normale, sondern auch drei XL-Bonbons dazu. Falls ihr mal eine Aufgabe habt, dass ihr ein Pokémon auf Level 50 pushen müsst, könnte man einfach Meltan-Farmen kostenlos und drei Stück für diese Aufgabe nutzen. Meltan. Der Schlüssel zu Meltan ist die Wunderbox. Die ihr erhaltet, wenn ihr ein Pokémon von Go an Home oder den Nintendo Switch-Titel Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli übertragt. Wenn ihr die Wunderbox dann während des Events einsetzt, könnt ihr mit etwas Glück sogar schillernden Meltan begegnen. Außerdem besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, während des Events XXS oder XXL Meltan zu begegnen. Weiterhin könnt ihr die Wunderbox während des Events häufiger öffnen. Früher war das sieben Tage, dann waren das drei Tage und wie oft das dann jetzt ist, weiß ich gar nicht. Aber ich dachte, drei Tage war immer das verkürzeste. Sie können es einfach alle 24 Stunden machen, das wäre ja noch lustiger. Veggie-Markt, Grill-Markt, Sodamarkt erscheinen auf der ganzen Welt. Das sind ja Pokémon, die sind eigentlich regional. Bei uns gibt es das in der Mitte mit dem Kothaufen auf dem Kopf. Grill-Markt, also was wie Ketchup aussieht, wurden zu diversen Safari-Zonen jetzt alle shiny eingeführt. Aber war schlecht, da irgendwie noch ranzukommen, vor allem auch XL-Bonbons zu bekommen. Jetzt weltweit alle drei gleichzeitig verfügbar während des Events. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Nachricht. Sind zwar keine neuen Shinies in dem Sinne, aber wer vorher nicht die Möglichkeit hatte, da ranzukommen, kann jetzt hier auf Shiny-Jagd gehen, so wie das aussieht. Während des Events erscheinen, wilde Veggie-Markt, Grill-Markt, Sodamarkt auf der ganzen Welt, auch bei der Feldforschung, könnt ihr diesen Pokémon begegnen. Ich hoffe wirklich, nicht nur, dass sie sagen, in ihren jeweiligen Regionen, sondern halt, dass die halt wirklich überall sind. Welches ist euer Liebling? Also von denen, wie das guckt, ist das Sodamarkt irgendwie komplett stoned. Das Grill-Markt irgendwie presst sich die Wurst und das Veggie sieht irgendwie noch am wachsten und normalsten aus. Ich finde aber trotzdem, Grill-Markt ist halt unserer, der ist mein Liebling. Ditto, wechsel dich! Ditto verwandelt sich in andere wilde Pokémon. Mit etwas Glück könnt ihr sogar einem schillernden Ditto begegnen. Ditto-Verwandlungen. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen vermehrt, doch welches sind in Wirklichkeit Ditto? Dicta, Slimer, Snubbull, Griebskorps, Staralili, Kießling, Schallquap, Leufeo. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wenn die so aufgezählt werden, dass das halt auch alle sind, weil... Die kommen also auf jeden Fall vermehrt und können Ditto sein, aber vielleicht auch nicht. Dicta, Slimer, Snubbull, Griebskorps, Staralili, Kießling, Schallquap, Leufeo. Also... Lass mal einfach mal so stehen. Mit Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Pokémon, vielleicht sogar einem schillernden Ditto. Habt ihr schon ein schillerndes Ditto? Schreibt es mal in die Kommentare. Event Boni. Verkürzte Wartezeit für das Öffnen der Wunderbox, doppelte Verschickbonbons, erhöhte Chance auf Begegnungen mit XXS und XXL Meltan, erhöhte Chance auf Begegnungen mit Ditto, die sich in andere Pokémon verwandelt haben. Generell aber wilde Pokémon, die häufiger erscheinen werden. Dicta, Slimer, Snubbull, Griebskorps, Staralili, Veggie-Mark, Grimmag, Sodamag, Kießling, Schallquap, Leufeo. Also im Prinzip sind diese Pokémon alle dieselben, die hier sind, plus ergänzt einfach die drei. Das heißt eigentlich, müsst ihr doch das alles Ditto sein können. Und alles, was ihr spawnen, kann Ditto sein, bis auf die drei Max, die aber jetzt für euch für den Shiny Hunt interessant sind. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar Unratüdog, Skala Flunschlik und Viskora. Okay. Raid-Kämpfe, wie wir wissen... Wieso sieht das... Hä? Es gibt keine Stufe 1 und keine Stufe 5 Raids. Äh, keine Stufe 1 und keine Stufe 3 Raids. Laut dieser Grafik irgendwie nicht. Denn hier steht ja nur, dass Lugia während des Events auftaucht und auch Voltolos in der Inkarnationsform. Normalerweise müsste also erst Voltolos da sein. Noch. Weil das kommt ja jetzt nach Ho-Oh. Und nach Voltolos kommt dann Lugia für zwei Wochen. Und warum sie das jetzt hier so rum gezeigt haben, weiß ich nicht. Die Inkarnationsformen von Voltolos erscheinen am Dienstag, dem 21. März bis zum 28. Und Lugia dann am 28. bis zum 10. April. Also am Dienstag, einen Tag vor Eventende, kommen dann Lugia noch rein. Aber während des Events habt ihr also hauptsächlich Voltolos da, was jetzt nicht so interessant ist. Außer vielleicht für die Shiny Jäger in den Mega Raids. Mega Bisa Floor, Mega Simsela, wissen wir ja. Aber erst Bisa Floor, dann Mega Simsela. Da ist es richtig. Hier oben ist es irgendwie vertauscht. In den Feldforschungen gibt es auch natürlich die drei Affen. Sammlerherausforderungen gibt es wieder. Begegnet man auch eine Meltan und 5000 EP. Eine Spezialforschung für die Jahreszeit, ein Alltagsheld. Ah, da taucht das Wort auf, ein Alltagsheld für die Spezialforschung. Während der 10. Jahreszeit ist eine kostenlose Spezialforschung verfügbar. Helft Professor Willow und macht euch auf spannende Entdeckungen gefasst. Die Spezialforschung ist bis zum Ende von Jahreszeit 10 aufsteigende Helden am 1. Juni um 10 Uhr verfügbar. Haben wir die schon? Ist die schon gestartet? Hab ich sie mitbekommen oder was? Ticketpflichtige, befristete Forschung in Jahreszeit 10, Willows Garderobe. Das ist ja die, die es auch schon die ganze Zeit gibt. Deswegen möchte ich die auch nicht nochmal erwähnen. Denn hier kriegt ihr wirklich nur Klamotten für Professor Willow und eben ein Melmetal mit Attacke Panzerfäuste. Und das ist den meisten halt zu wenig für 6 Euro. Kommen wir aber jetzt zu dem wichtigsten Part überhaupt. Nämlich die Team-Go-Rocket-Übernahme. Das Event startet also an einem Dienstag, aber am Samstag, dem 25. März, bis zum Eventende am Mittwoch, startet noch eine Team-Go-Rocket-Übernahme. Natürlich wieder vermehrt mit Rüpeln, mit Frustration verlernen. Giovanni wechselt seinen Pokémon und nutzt dann Regi-Eyes. Ich würde vielen empfehlen, holt euch lieber Regi-Steel noch ab. Das ist was, was man auch in der Superliga irgendwie noch nutzen kann. Regi-Eyes hat eigentlich gar keinen Nutzen. Ich freue mich aber auf Regi-Eyes, denn ich habe Regi-Steel, Regi-Rock als 100er. Ich habe aber keinen 100er Regi-Eyes. Ich tausche die ganze Zeit Regi-Eyes. Bin schon bei fast 150 Glücks-Trades bei Regi-Eyes und habe immer noch keinen 100er. Vielleicht kriegt man ja ein gutes Krypto mit richtig starkem EV, um es zu einem 100er zu erlösen. Und dann wäre ich damit auch fertig. Auch wenn man Kryptos eigentlich nicht erlösen soll, weil die stärker sind. Das Ding ist eh Schrott und ich würde es dann zu einem 100er erlösen. Obwohl diese roten Augen, die es hier hat, die sehen schon stark aus. Also eigentlich hoffe ich, es ist schlecht und ich muss weiter tauschen und nicht erlösen, damit ich wenigstens das für einen Living-Decks auf der Hand habe. Ist eine Zwickmühle, was man dann macht. Rettet Krypto-Regi-Eyes. Giovannis eisiges Auftreten lässt uns frösteln. Dieses Mal setzt er Krypto-Regi-Eyes für seine Machenschaften ein. Zu Beginn dieses Events wird eine neue Forschung freigeschaltet, schließt die Aufgaben ab, um einen Super-Rocket-Radar zu erhalten und Giovanni aufzuspüren. So. Krypto-Regi-Eyes. Außerdem erscheinen Team-Go-Rocket-Ballons häufiger. Äh. Und Team-Go-Rocket-Rüppel an den Stops häufiger. Und man kann mit einer Lade-TM-Frustration verlernen. Neue Krypto-Pokemon. Äh. Krypto-Alola-Slimer, Krypto-Fanby, Krypto-Gekabor, Krypto-Flemly, Krypto-Driftlon bei den Rocket-Bossen, die die haben. Die können natürlich dann wieder Shiny sein. Weiß ich jetzt aber nicht genau welche, weil das ist ja nur eine große Auswahl, aber sind ja nur drei Stück über. Und die zwölfe Eier, da hat sich wahrscheinlich auch nicht so viel, äh, getan. Ist kein neues Pokémon dazugekommen, ist kein neues Shiny mit drin. Weiterhin Lavita, Absol, Pionsgora, Garnovel, Zurokex, Gladiandris, Galük, Gabuno, Bam, Bam, Alkit und Molung. Jetzt sind wir durch. Es wird Feldforschungsaufgaben geben, für die man ein mysteriöses Teil bekommt. Okay. Das klingt gut. Also, das Rocket-Event wird wieder mal das Highlight sein für alle. Das weiß ich jetzt schon. Alle freuen sich immer auf Rockets, ne. Und, ja, zwölfe Eier brauche ich nix. Kryptos, mal gucken, was bei Gutes rauskommt. Ansonsten Frustration verlernen, Rigi-Eis freuen und ein paar Bonbons. Für mich mein Ziel ein paar Bonbons machen für die drei Max, um die auch mal zu maxen. Die Max zu maxen. Was ist euer Highlight? Auf was freut ihr euch? Braucht ihr noch ein Shiny Ditto? Braucht ihr noch ein Shiny Mail-Tan? Braucht ihr noch Shiny Max? Freut ihr euch auf die Krypto? Also, eigentlich ist das trotzdem ein gutes Event. was komplett vollgepackt ist. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis ihr den Peace out vorhaut. Euer Ramses.